Moin Leute, was gab herz? Kommt zu seinem neuen Stadionvlog auf dem Kanal. Game Maxl, heute spielt der Karlsruhe SC gegen den FC Schalke 04. Ich tippe auf ein 3-2 für den KSC. Budo macht ein Tor, Wanicek macht ein Tor und noch random Hunziker. Hunziker, ganz genau. Ich gehe jetzt ins Stadion und ja, kurzes Intro. So, let's go. Ich hoffe auf Choreo von beiden Fähler. Stadion natürlich ausverkauft. Like und Abo natürlich nicht vergessen. Glocke aktivieren. Auch. Ja. Musik Stadion, ganz gut. Jetzt sind die drei geilsten Buchstaben im deutschen Fußball und die heiße Ruhe. R.S.V. Unser Cheftrainer, Christian. R.S.V. Auf dem Platz für das Tor, unsere Hand, Max. R.S.V. Unser Nummer 2 ist sie. R.S.V. Unser Nummer 6, Leon. R.S.V. Unser Nummer 7, Cem Lisch. R.S.V. 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 Z.C. R.S.V. Bubbleźle ünumer 1, Sieb心 Wachao. R.S.V. R.S.V. NDR 17, NDR 17, NDR 18 NDR 19 statt markernet. Schalala, 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 schalala Applaus 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 Politikerne Schalz, 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 Schalz. Schalz, 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 Schalz. Schalz, 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 Schalz. Schalz, 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 Schalz. Schalz, Schalz, Schalz. Schalz, 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 Schalz. Schalz, Schalz, Schalz. Schalz, 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 Schalz. Schalz, Schalz, Schalz. Schalz, Schalz, Schalz. Schalz, Schalz, Schalz. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh!